Hallo meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zu unserem monatlichen Newsflash-Video. Diesmal in etwas anderem Aufbau, sag ich mal, und zwar habe ich das Video geteilt in drei Parts. Der erste Part ist da, wo wir jetzt auch schon drin sind, der Infoblog-Bereich, wo wir allgemeine Infos abgehen und die anderen beiden Parts werde ich euch dann nach und nach vorstellen. Also im Infoblog-Bereich erstmal, das Newsflash-Video ist gedacht für den Zeitraum vom 6.10. bis zum 2.11.2014, sprich für die 41. und bis zur 44. Kalenderwoche gedacht. Und der erste Punkt in unserem Infoblog-Bereich ist der Streaming-Plan. Und zwar werde ich auch diesen Monat wieder streamen und zwar immer am Sonntag ab 19 Uhr. Das Ganze hat allerdings zwei kleine Ausnahmen. Erste Ausnahme ist, wenn mein Frauchen ein Wochenende hat, also auch mal Sonntag frei hat, heißt das dann natürlich, dass der Stream komplett ausfallen wird und wir auf den Stream nochmal verzichten, weil dann bringen wir lieber die Zeit mit meiner Frau. Und die zweite Ausnahme ist, das ist dann so eine Wischi-Waschi-Ausnahme, sag ich mal. Und zwar, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, verfolge ich ja die NFL und da besonders die Spiele von den Cincinnati Bengals. Sprich, wenn das Spiel der Bengals am Sonntag live übertragen wird, und zwar ab, sagen wir, ab 22 Uhr, gibt ja drei Spiele immer sonntags, die live übertragen werden, und wenn das ab 22 Uhr ist, das Spiel übertragen wird, dann gibt es einen Stream, startet um 19 Uhr, wird allerdings kürzer ausfallen, sprich maximal bis 21.30 Uhr oder so, damit wir natürlich, dass ich natürlich das Spiel gucken kann, live. Sollte denn das Spiel auf, ich sag mal, zwei Uhr morgens sein, dann ist es sowieso egal, dann wird gestreamt ohne Ende. Und wenn das Spiel um 19 Uhr ist, weiß ich noch nicht, ob ich denn entweder den Stream ausfallen lasse, oder den Stream komplett nach hinten verschiebe, und wir erst nach dem Spiel starten. Das ist dann aber so eine Sache, da müsst ihr mir jetzt sagen, ob das denn in Ordnung ist, dass wir dann also nach dem Spiel starten, weil dann ist es natürlich auch abhängig davon, wie lange geht das Spiel. Regulär geht so ein Spiel ja eigentlich zwei Stunden, kann auch mal länger dauern, kann auch sein, ob es eine Overtime gibt, sprich, wenn nach der regulären Spielzeit das Spiel unentschieden ist, gibt es eine Overtime, dann kann es auch mal bis zu 15 Minuten länger dauern, was auch mal eine halbe Stunde sein kann beim Football. 15 Minuten, da ist ja Zeit relativ. Also werden wir dann sehen. Also sprich, wenn das Spiel um 22 Uhr startet, gibt es einen Stream, dann startet der etwas kürzer. Wenn das Spiel erst um 2 Uhr morgens ist, dann gibt es einen regulären Stream bis um 12 Uhr nachts, also von 19 bis 24 Uhr. Und wenn das Spiel um 19 Uhr startet, dann gucken wir mal, ob wir den Stream dann nach hinten verlegen und erst um 22 Uhr, also nach dem Spiel, mit dem Stream starten werden. Das überlasse ich dann euch, wie ihr es gern hättet bei dieser Regelung. Also ansonsten, und wenn das Spiel natürlich nicht live übertragen wird, dann natürlich gibt es immer einen Stream. Also könnt ihr euch einrichten, sonntags ab 19 Uhr streamen und wenn denn irgendwie Gebrauch von den Ausnahmeregelungen ist, gibt es natürlich Informationen dazu auf den Social Medias, sprich Facebook und Twitter. Ansonsten steht es auch bei Twitch in der Stream-Beschreibung obendrinne, wieso, weshalb der Stream nicht stattfindet. Kommen wir dann zum letzten Punkt in unserem kleinen Info-Log-Bereich. Und zwar stehen wir kurz vor den 1000 Abonnenten. Kurz heißt in dem Falle, es fehlen noch 104 Abonnenten und wir haben die 1000 Abonnenten erreicht, beziehungsweise sogar geknackt. Stand ist jetzt, die Abonnentenzahl sind wir bei 896, stand jetzt so um 19, ähm 19, so ich sage ich schon, um 13.23 Uhr am 4. Oktober, also quasi gestern. Und wenn wir dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten erreichen sollten, was ich, natürlich, ich wünsche es mir, natürlich wäre schön, wenn wir es schaffen würden, ähm, aber wenn wir die 1000 Abonnenten erreichen, wird es einen Sonder-Stream geben, der, äh, dann passend an einem Samstag startet und Ende dann offen wäre. Ich werde versuchen, dass wir dann einige Community-Spiele hinkriegen, sprich, ähm, World of Tanks oder War Thunder oder, äh, Titanfall oder vielleicht Battlefield, müssen wir mal gucken, ähm, was wir da machen können. Vielleicht auch eine Runde Modern Warfare oder mal wegen Counter-Strike. Das sind ja alle Spiele, die ich noch habe. Und da kann man bestimmt in der Community irgendwas zusammen machen. Ähm, wie gesagt, wenn wir die 1000 Abonnenten erreichen, gucke ich mal, wie wir es passend geparkt bekommen, denn auf einen Samstag muss natürlich nicht zwangsweise in diesem Monat sein. Kann natürlich durchaus sein, dass wir das erst im nächsten Monat schaffen oder im übernächsten. Dementsprechend, wenn wir die 1000 Abonnenten erreichen, egal jetzt in welchem Monat, wird es einen Sonder-Stream geben. Ende des Streams ist dann offen. Genauere Infos gibt es dann natürlich erst, wenn es soweit ist. So, damit haben wir dann auch schon das Ende des ersten Bereiches erreicht. Und zwar den Infoblog. Und kommen direkt in den zweiten Bereich rein. Und zwar zu unserem Kanal Tracheos 83. Ja, unser Let's Play-Kanal muss natürlich in diesem Info-Video auch vertreten sein. Denn darum geht es ja schließlich. Ähm, die erste große Info ist natürlich der Sendeplan. Also, was kriegt ihr diesen Monat zu sehen in diesen vier Wochen? Ähm, montags, mittwochs, freitags, so wie auch schon im letzten Monat, gibt es um 15 Uhr World of Tank Replays zu sehen. Und zwar wieder im regulären Rhythmus. Eine erste Woche von mir, dann von meinem Bruder, dann wieder von mir, dann wieder von meinem Brüderchen. Die Replays. Ähm, gibt allerdings eine kleine Ausnahme. Und zwar habe ich Replays zugeschickt bekommen vom gutsten Buster. Und auch von zwei Clan-Mitgliedern. Diese habe ich jetzt mal jetzt in die erste Woche reingepackt. Sprich, morgen, am Montag, gibt es, ähm, um 15 Uhr ein Video mit zwei Replays von Buster. Und am Mittwoch gibt es ein Video mit jeweils einem Replay von zwei Clan-Mitgliedern von mir. Und die könnt ihr euch anschauen. Mir haben es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und am Freitag gibt es dann wieder ein Replay von mir. Und ab dann wieder die reguläre Sortierung Brüderchen, ich und Brüderchen. So. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Wenn ihr selbst BJT spielt und ihr habt Replay-Funktionen eingeschaltet oder die Replays auf, könnt ihr mir diese natürlich gerne zur Verfügung stellen. Dass ich die, äh, dann irgendwie einbaue. Allerdings ist das ein paar recht einfache Bedingungen. Ich glaube, die erste Bedingung ist, bitte, äh, bitte sorgt dafür, dass das Replay immer aus dem aktuellen Patch-Bereich ist. Also sprich, aktuell sind wir bei Patch 9.3. Sprich, das Replay sollte aus diesem Patch sein. Damit, finde ich, dieses Problem haben mit der Richtschützenperspektive, dass die wegfällt. Das ist die erste Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, das Video muss euch gefallen. Also ihr müsst zu 100% sagen, ja, das Video ist geil, es war eins meiner besten Spiele und ich will, dass es gezeigt wird. So, da ist es egal, ob, ähm, ihr am Ende explodiert seid in diesem Replay und trotzdem 5 Kills gemacht habt. Also das ist, ne, dann kann man das trotzdem zeigen. Es ist egal, ob ihr auf der Gewinner- oder Verliererseite gewesen seid. Ähm, was noch zu beachten wäre, wäre eventuell der Chat, äh, der Chat, weil wenn da so rumgeflamed wird und mal Bemerkungen fallen, die mir persönlich nicht gefallen, ist das immer ein bisschen blöd, wenn man die ausblenden muss. Also wenn der Chat sauber ist, sag ich mal, kann man natürlich dieses Replay auch senden. Ähm, wie lang es ist, ist eigentlich egal. Wenn ihr natürlich 2, 3 Replays, äh, von einem und demselben Panzer oder von 3 verschiedenen Panzern mir zuschickt in einer Mail, dann ist das natürlich kein Problem, dass ich daraus eine Folge mache. Ansonsten, ähm, setze ich einfach mehrere Replays von verschiedenen Leuten oder auch mit mir zusammen oder mit meinem Brüderchen zusammen, ähm, zu einer Folge zusammen. Allerdings, äh, denn, ähm, muss ich aufpassen, wie ich denn mit dem Titel das dann mache. Wenn natürlich 3 Replays von einer Person kommen, kann ich natürlich dementsprechend sagen, dass die Folge dementsprechend auch seinen Namen trägt. Ne, denn WOT-Zuschauer-Replays von Name desjenigen welchen. Und, äh, das ist es dann auch, äh, zu senden könnt ihr mir das Ganze auf 3keos83 at gmail.com. E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung eingeblendet. Also einfach mal unten reinschauen. Da könnt ihr mir dann diese Replays zuschicken. Einfach Betreff-WOT-Replays reinsenden. Ähm, wenn ihr die Replays schon hochladet auf, äh, der WOT-Replay-Seite, auch der Link ist unten in der Videobeschreibung, wäre das schon richtig super. Weil, ähm, dann schickt ihr mir einmal die Replays zu und den Link zu der Seite, wo das Video hochgeladen ist. Den Direktlink. Dann kann ich nämlich das Replay einschauen, gehe dann direkt auf die WOT-Replay-Seite und kann mir dann die Statistiken anzeigen lassen. Ansonsten mache ich das auch selber, aber dann lösche ich die auch wieder von meiner Seite, weil die ja dann auf meinem Namen hochgeladen werden. Das ist ja blöd, wenn eure Replays auf meinem Namen kommen. Ähm, ich glaube, das war dann auch alles zu WOT. Okay, ansonsten gibt es diesen Monat noch ein zweites Projekt und zwar Dienstag, Donnerstag und Samstag kommt Prison Architect als neues Projekt dazu. Sprich, ab so, ab diesem Monat gibt es von Montag bis Samstag, ähm, je Tag ein Video, immer um 15 Uhr. Ich habe ja gesagt, ich würde den Kanal wieder auf seine alte Sendeleistung bringen, aber Step by Step immer schön langsam. Weil, ähm, ich habe es auch schon im letzten Infovideo gesagt, wenn ich jetzt wieder alles auf einmal brachial rein donnere mit 3-4 Projekten pro Tag, dann, ähm, verliere ich sehr schnell wieder die Lust. Ich mache das jetzt lieber langsam, peu a peu. Und, ähm, mal gucken, wie viele Projekte wir hinkriegen. Ich habe auch schon ein paar Ideen, was wir dann im November machen, aber dazu dann im nächsten Infovideo mehr. Tja, so, was gibt es denn zu diesem Monat noch zu sagen? Ähm, ich sag mal, drei Projekte, davon verabschieden wir uns jetzt und zwar, das ist einmal Space Engineers, wird es nicht mehr geben. Habt ihr ja schon im letzten Monat gesehen, aber wird es endgültig komplett nicht mehr geben. Es gibt eine Ausnahme, dass die es hinbekommen, dass man ein komplettes automatisiertes Lagersystem hinbekommt. Und ansonsten ist das Spiel derzeitig mir zu sehr erinnerungskräftig für Minecraft und ich habe derzeitig immer noch eine totale Abscheu, was Minecraft angeht. Und da ist Space Engineers derzeitig noch zu sehr, zu stark dran an die Vanilla-Version von Minecraft. Und das, äh, nimmt mir einfach den Spaß an der ganzen Sache. Ähm, äh, Plague Inc. wird es auch nicht mehr geben. Ob das nochmal wiederkommt, weiß ich nicht, aber derzeitig wird es auf jeden Fall nicht mehr wiederkommen. Also nicht mehr in diesem Jahr. Ähm, ob es nächstes Jahr wiederkommt, werden wir sehen, keine Ahnung, aber es wird, rechnet einfach nicht mehr damit im Spiel. Ähm, KSP, da bin ich derzeitig zwiespältig, ob ich das Projekt nochmal wiederbelebe, weil wir haben ja eigentlich den Career-Modus gestartet, der aber damals zu der damaligen Patch-Version noch so war, dass wir nur die Forschungspunkte sammeln mussten. Der Spielstand wurde automatisch umgemünzt jetzt mit den letzten Patchs, wo der echte Karriere-Modus eingeführt wurde, auf dem echten Karriere-Modus. Allerdings war unser Spielfortschritt nicht mehr ganz vereinnehmbar mit dem Kontostand. Wir haben mit 10.000, was auch immer die Währung ist, ähm, Kralis gestartet. Als Geldwährung bekam aber schon Missionen, dass wir zum Mond fliegen sollten, ähm, und nicht mehr diese einfache Startmission. Die sind komplett weggefallen gewesen und wir konnten uns keine Rakete mehr leisten. Ich hab's versucht, um irgendwie noch irgendwie an Geld zu kommen. Da hat gar nichts mehr funktioniert, ähm, sprich, da müssen wir sowieso von vorne anfangen und, ähm, ich bin da noch am überlegen, wie ich's mache. Aber auch bei KSP verbleiben wir mal wie bei, ähm, wie beim, äh, Plague Inc. Ähm, dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht. Wir werden sehen, reizen tut mich das Spiel auf jeden Fall noch, aber wir werden sehen, wie es da weitergeht. Ähm, nochmal ein kleiner Nachtrag zu Prison Architect. Prison Architect wird aufgebaut sein in Staffeln. Die erste Staffel befasst sich, äh, mit unserem ersten Gefängnis. Wir spielen auf der kleinsten Map und es wird nur ein Gefängnis sein, auch wenn ich's im Video damals anders gesagt habe, ähm, jetzt festgelegt ist, dass wir nur die leicht, also die Niedrigrisiko-Insassen nehmen, mit denen ein Gefängnis aufbauen, uns da ganz viel Geld hoffentlich ranschaffeln, ich sag mal so 200, 250.000, ähm, Euro oder Dollar, je nachdem, welchen Mod-Version immer verwendet. Ähm. Anzusparen, dann die Knast zu verkaufen. Das ist dann Cut-Ende der ersten Staffel. Und dann die zweite Staffel mit dem höheren Budget, also den 250.000, durch den Verkauf des letzten Knastes, einfach in die zweite Staffel reingehen und dann dementsprechend anders aufbauen. Ähm, die erste Staffel ist auf jeden Fall der komplette dieser Monat. Es wird wahrscheinlich noch den kompletten November lang eine Staffel sein. Und dann gucken, ob wir direkt im Folgemonat mit der zweiten Staffel durchstarten oder der Monat zwischen den beiden Staffeln Pause machen, weiß ich noch nicht. Wird sich dann zeigen, vielleicht endet auch die erste Staffel mitten in einem Monat und den Rest des Monats kommt dann nichts mehr und dann im nächsten Monat die zweite Staffel. Wir werden sehen, wie es ist. Also auf jeden Fall diesen ganzen Monat wird es immer Dienstag, Donnerstag, Samstag, Prison Architect geben. Immer um 15 Uhr. So, Ausnahmen haben wir gemacht. Spiele, die wegfallen, haben wir auch gemacht. Und jetzt gibt es ein paar Sondervideos. Und zwar gestartet ein Kickstarter-Projekt, was ich letztes Jahr daran teilgenommen habe. Das war zum Spiel Kingdom Come Celebrants 1403. Das ist ein RPG-Spiel, also ein Rollenspiel. Allerdings ist das ausgelegt darauf, wie haben sie es beschrieben, Dungeons, aber keine Dragons. Also es gibt Dungeons, aber es gibt keine Drachen. Sprich, es ist ein Mittelalter-RPG ohne auch nur einen einzigen Hauch von Fantasy. Es ist dementsprechend nicht vergleichbar mit so Spielen wie Diablo oder meinetwegen wie Skyrim. Es gibt nicht einen einzigen Fantasy-Aspekt in diesem Spiel. Das Spiel ist darin ausgelegt, dass es ein historisch korrektes Mittelalter-RPG ist. Sprich, die Kleidung, die Sprache, die Gegend, in der das Spiel spielt, gibt es wirklich. Diese Stadt gab es wirklich. Diese Stadt gibt es immer noch. Das Ganze spielt im ehemaligen Böhmen, jetzt in Tschechien. Ehemaliges Böhmen, das Gebiet ist jetzt Tschechien. Die Stadt liegt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, nördlich oder südlich von Prag. Diese Stadt gibt es wirklich. Die Burg, die es in diesem Spiel drin gibt, gibt es wirklich, gab es wirklich zu der Zeit. Die Gegend sah auch Pi mal Daumen so aus. So 100% kann man es ja nicht historisch nachvollziehen, aber eine Historikerin arbeitet auch in dem Team mit. Und das Ganze ist dann wirklich historisch an die Historie angelegt. Alles, was dazu gehört. Das Leben, Tagesabläufe, die Gegend, die Aufmachung. Dementsprechend, man spielt nicht gegen Orks, Drachen oder sonst was, sondern es sind Menschen, die man selber spielt. Und man spielt gegen Menschen. Es ist Wert auf historischen Kampf gelegt und alles Mögliche. Und das Spiel startet, also die Alpha Tech Demo, das ist quasi, stellt es euch vor wie bei Star Citizen. Da hat man ja nur diese Hangar und diesen einen Squad Modus. Und so ähnlich ist es auch, man hat einen kleinen Ort in dieser Alpha Tech Demo, wo die einzelnen Techniken immer dargestellt werden. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es weiterläuft, ja. Wo die einzelnen Techniken immer dargestellt werden. Wie zum Beispiel, wie sind die Häuser aufgebaut? Wie bewegen sich die NPCs? Wie ist ein Tagesablauf von den NPCs? Von den Tieren, die haben auch eigene Tagesabläufe. Dann wird im 2-Monats-Rhythmus immer wieder Neues hinzugefügt, wie Kampfsysteme, Bogenschießen, Minigames. Minigames in Anführungsstrichen gesetzt. Aber dazu kommen wir später in den Videos mehr. Und solche Sachen werden nach und nach in dieser Tech Demo eingeführt. Bis es dann in einem halben Jahr, glaube ich, in die offizielle Alpha reingeht. Also riesiges Gebiet, komplettes Gebiet. Dann kommt es irgendwann, glaube ich, 3 Mal oder später in die Beta. Und dann Ende nächsten Jahres, im 4. Quartal 2015, soll das Spiel offiziell released werden. So, also, die Alpha, diese Tech Demo Alpha startet am 22.10. Und am selben Tag wird es auf jeden Fall einen Sonder-Stream geben auf meinem Stream-Kanal zu diesem Spiel. Der Stream startet um 20 Uhr, weil den mache ich zusammen mit einem Kumpel, wenn denn alles funktioniert von der Technik her. Er wird das Ganze aus der Sicht eines LARP-Spielers beäugen, der auch sehr, sehr, sehr viel Wert auf historische Korrektheit bei solchen Sachen legt, der auch sehr viel Ahnung davon hat. Sprich, er wird das Ganze aus der Sicht Perspektive betrachten. Und ich werde das Ganze aus der Sicht eines normalen Zockers betrachten. Also, wie fühle ich mich als normaler Spieler in diesem Spiel, wäre es was für mich bis jetzt, bin ich wirklich ganz, ganz doll angefixt von diesem Game. Also, das gibt es einmal als Stream und einen Tag, vielleicht zwei Tage später, weil der Release ist, glaube ich, Mittwoch, der 22. Und ein, zwei Tage später wird es dazu Videos geben auf meinem Kanal. Weil das nur eine Alpha-Tech-Demo ist, nur in Anführungsstrichen, wird es nicht viele Videos dazu geben. Wie gesagt, im Zweimonatsrhythmus kommen dann neue Sachen dazu. Sprich, wenn jetzt im Oktober es rauskommt, kommt vielleicht im Dezember noch was raus. Und dementsprechend, es wird einige Videos jetzt im Oktober dazu geben, vielleicht auch noch im November, je nachdem, wie gut sie erst gepatcht bekommen mit den neuen Inhalten. Und dann werden wir diesen kompletten Spielverlauf ab der Alpha-Tech-Demo bis hin zum ersten Spiel und dann auch als LP, wenn das Spiel offiziell released ist, im ersten Akt. Den habe ich auch noch kostenlos, oder der ist kostenlos in meinem Paket, was ich gebackt habe mit drinne. Den kompletten ersten Akt durchspiel als LP, also so weiter, ne? Könnt ihr euch drauf freuen. Link zu der Webseite von dem Spiel ist auch unten in der Videobeschreibung, wie immer. Ähm, also Sondervideos zu dem Spiel, es gibt einen Sonderstream zu dem Spiel. Ansonsten war es das auch zu diesem Spiel selbst. Ähm, letzter Punkt für diesen Blog ist Landwirtschaftsmonat 2015. So, dieser kommt am 30. Oktober raus, sprich, diesen Monat auch. Ich kann nicht versprechen, dass es ab dem 30. Oktober direkt Videos geben wird. Was ich aber versprechen kann, ist, dass es ab dem 3. November Videos geben wird, sprich, im neuen Monat mit einem neuen Sendeplan, allen drum und dran, wird es Videos geben. In welcher, ähm, Häufigkeit und Länge diese Videos sind, ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich peile wieder, wie bei allen, ähm, LPs, auch zu Person Architect, würde es schon so sein, 15 Minuten Videos an. Aber beim LS15 kann es durchaus sein, dass sie täglich kommen. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen im November, wenn es so weit ist, in dem passenden Infovideo. Also, Release ist der 30. Oktober. Ob direkt ab dem 30. Oktober Videos geben wird, werden wir dann sehen. Ich werde es vielleicht kurzfristig ankündigen auf, äh, Twitter und auf Facebook. Ähm, ansonsten kommen diese Videos erst ab dem 3. November. Genau, das ist der Montag danach. Ähm, also LS15 wird es geben, es wird wieder Landwirtschaftssimulator geben, welches Projekt wir genau uns angehen werden, ob wir uns um die Landwirtschaft kümmern oder um die Forstwirtschaft, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, ob es denn schon Videos geben wird, vielleicht gibt es auch wieder eine Demo, vorher kostenlose Demo auf der Webseite, dann, ähm, gibt es vielleicht, 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 wirklich mit einem dicken vielleicht, schon im Oktober Videos zum LS15, ansonsten erst, äh, in der ersten Novemberwoche. So, das war es dann zu dem Sendeplan und zu den Planungen für unseren Let's Play Kanal. Ihr kriegt, glaube ich, so langsam die Betonung mit, denn zusätzlich startet im Oktober mein Zweitkanal. Ich habe ja schon mal einen Versuch an einem Zweitkanal gemacht. Dieser, ähm, hatte sich, sollte sich ja eigentlich mehr um MMOs kümmern, habe ich aber komplett rausgenommen und habe die MMOs wieder zurückgeführt auf dem Let's Play Kanal. Aber es war ja noch vor langer, langer Zeit, habe ich euch ja mal gefragt, wie sieht es aus mit einem Zweitkanal zum Thema Tabletop, Miniaturen, Spiele und Modellbau im Allgemeinen. Und dieses Projekt wird jetzt eigentlich aufgegriffen. Ich habe jetzt eigentlich den Mut dazu gefasst, doch nochmal einen Zweitkanal zu machen, der sich komplett mit dem Konzept um Tabletops befasst. Sprich, alles, das hat nichts mit, äh, mit Lampen, äh, mit Lampen, äh, mit Lampen zu tun, wollte ich schon sagen, mit, äh, LPs zu tun, dementsprechend auf einem eigenen Kanal. Der nennt sich Onboard. Na mal, äh, ist von einem Kumpel genannt worden, den fand ich gut, hat mir gefallen. Nochmal danke für die Namenshilfe an dieser Stelle. Und, ähm, Onboard wird ein Kanal sein, der sich komplett um Tabletop kümmern wird und drehen wird. Sprich, ich werde euch, ähm, Tabletop-Systeme, seien es Scamish-Systeme, also kleine Spiele vorstellen oder auch große Systeme. Ähm, es wird auch einzelne Miniaturen geben, sprich, aus bestehenden Tabletop-Systemen oder von anderen Spieleherstellern, die nur Miniaturen herstellen, werde ich mir einzelne schöne Modelle rauspicken. Diese werden wir dann kurz vorstellen, bemalen, ähm, vielleicht sowas wie Bemalanleitungen machen, ähm, und das Ganze mit der Kamera begleitend. Ähm, das ist so das grobe Konzept um den Kanal herum, sprich, jeder, der Freund von Modellen, schönen Modellen und Tabletop ist, ähm, kann da gerne einschalten. Und dazu wird es, Start ist quasi jetzt, wo ich es gesagt habe. Es gibt aber noch keine Videos und noch keinen Kanalbanner, weil ich bin grafisch so dermaßen schlecht drauf, was, äh, computertechnisch Grafiken angeht, dass ich noch keinen Kanalbanner dafür habe und auch noch kein Logo. Ähm, also Avatar, da ist derzeit noch der Avatar vom, ähm, LP-Kanal drauf. Wenn ihr Ahnung davon habt, also solche Sachen machen könnt, per Photoshop, schöne, ähm, ähm, Kanalbanner und auch kleine Avatare basteln könnt, wäre es schön, da irgendwas, ähm, vielleicht könnt ihr mir da irgendwas zeigen, was dann passend zum Thema Tabletop und Miniaturen ist. Ähm, und es wird auch direkt die ersten Videos geben, und zwar zwei Stück für den ganzen Monat. Ähm, und ich werde auch derzeitig diesen Rhythmus beibehalten, sprich, ein bis zwei Videos im Monat. Mehr wird es derzeitig nicht geben, einfach weil die Videos viel Arbeit machen, weil sie mit viel Geld verbunden sind, ich muss die Sachen schließlich kaufen. Ähm, wenn es um Bemal-Anleitungen, Bemal-Tutorials geht, oder generell, wie ist das Video angemalt, was ich euch vorgestellt habe, kostet das richtig, richtig viel Zeit, ähm, die ich da rein investieren muss. Sowas ist man nicht eben in zwei Stunden bemalt, so eine Miniatur, da kann man mal eher von drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tagen ausgehen, die es dauert, so euer Modell zu bemalen, das Ganze mit Kamera festzuhalten, ähm, gucken, dass die Speicherkarte nicht voll ist, läuft, Akku durchhält, ähm, eventuell Speicherkarten inzwischen durch leer machen, und zum ganzen Blubberquatsch den Zubehör kaufen, ähm, das kostet alles Zeit, Geld, die, äh, gerade das Geld, was ich aktuell eigentlich nicht für das Projekt habe, ich würde das Projekt umsetzen, dementsprechend erst mal nur zwei Videos pro Tag, äh, pro Monat, pro Monat, ne, pro Monat, ich habe mich verredet, verredet, versprochen, ähm, das erste Video kommt am 12.10. Das ist denn also der echte Heat-Start zu dem, ähm, Kanal. Und das zweite Video kommt am 26.10. Beide befassen sich mit einem und demselben Tabletop-System, ich habe es ja auf Facebook letztens gepostet, und zwar ist es das, ähm, X-Wing-Miniaturspiel, ist ein, ähm, Tabletop-Skirmish-Spiel, wo man wirklich mit wenigen Modellen, ähm, direkt loslegen kann, im Kleinpunkte-Bereich, ähm, das Ganze spielt natürlich im Star Wars-Universum, zur Zeit der Episoden 3 bis 6, kann man so sagen, weil X-Wings gab es ja erst ab diesem Zeitrechnungraum, und, ähm, ja, wir gucken uns die Grundspieler-Box an, wir gucken uns einzelne Miniaturen dazu an, wir gucken uns an, wie man das Spiel spielt, es wird, ähm, Videos dazu geben, ich werde mich diesen Monat noch mit einem Kumpel hinsetzen und noch ein paar Spiele machen, ähm, dass wir die dann auch auf Kamera aufnehmen und dementsprechend als Videos hochladen können, und so, das ist das grobe Konzept. Ähm, es wird natürlich noch weitere Projekte geben, es sind noch, ein Kickstarter-Projekt steht noch offen, wo wir noch, äh, was eigentlich schon die First Wave an Miniaturen rausgeschickt wurde, aber wir haben leider nicht das Glück gehabt, welche davon zu bekommen, dauert also noch ein bisschen, und auch andere Systeme habe ich hier noch rumliegen, wo ich auch schon die Genehmigungen habe, sie senden zu dürfen, ähm, in Form von Replay-Videos, äh, von, 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 ähm, wie soll man es sagen? Von Reviews, genau, in Form von Reviews, ähm, kann ich euch also dann auch weiter mit zur Verfügung stellen. Wie gesagt, aktuell zwei Videos pro Monat, ich hoffe, das Projekt gefällt euch, ihr könnt ja mal gerne eure Meinung hier dazu lassen, ähm, ansonsten, und dementsprechend, sobald der zweite Kanal online ist, wird es auch Info-Video-Technisch Änderungen geben, sprich, dieses Info-Video jetzt gibt es nur hier auf dem Kanal Drakios 83, und ab dem November-Info-Video wird es ein und dasselbe Video, äh, Video auf beiden Kanälen geben, sprich, wenn dort Leute unterwegs sind, die aktuell nur Bock haben auf Let's Plays, sie gucken sich halt das Info-Video auf dem Let's Play-Kanal, sprich auf Drakios 83 an, wenn denn irgendwann Abonnenten dazukommen, die nur aufgrund des Tabletops dazukommen und auch nur auf dem Kanal, äh, on-board unterwegs sind, kriegen das gleiche Info-Video serviert, allerdings sind da auch die Infos für beide Kanäle drinnen, sprich, entweder ihr skippt das durch oder lasst das komplett durchlaufen und, ähm, könnt für beide Seiten eure Informationen rausziehen, so wie es euch gefällt, also beide Sendepläne, beide Informationen, es gibt immer die Informationen auf beiden Kanälen zeitgleich, ansonsten nur kanalspezifische Videos auf dem jeweiligen Kanal, sprich, Let's Plays, auf dem Let's Plays-Kanal, wenn ich mal auf der Gamescom unterwegs bin, gibt's Videos, äh, gibt's die Videos von der Gamescom auf dem Let's Play-Kanal, wenn ich auf der, ähm, RPC unterwegs bin, die ja auch in Köln ist, gibt es diese Videos ja natürlich nur auf dem, ähm, On-Board-Kanal, sprich, äh, Thema Tabletop. Und, ich glaube, das war es dann auch schon, ziemlich langes Info-Video dieses Monat, fast 30 Minuten, ähm, ja, viel Input, ich hoffe, euch gefallen diese News und auch der Aufbau, bitte lasst mal einen Kommentar da, Daumen da, wie euch die ganze Idee an sich gefällt, also, dass dieses Info-Video ab nächsten Monat auf beiden Kanälen kommt, generell die Idee mit dem zweiten Kanal, äh, wie euch die gefällt mit dem Thema Tabletop, dem angehen, dass ich, wie gesagt, die Kanäle, ähm, den Kanal, Tabletop-Kanal langsam erst wieder anfahren werde, sprich, im nächsten Mal kommt wieder ein neues Projekt dazu, also, auf jeden Fall eins, auf jeden Fall LS15 kommt auf jeden Fall dazu, denn, ähm, wie ihr dazu steht, äh, generell, wie ihr denn, was war es denn noch, was ich fragen wollte, achso, genau, wie, äh, ihr dazu steht, dass ich, äh, die Streams mache und so weiter, lasst Kommentare da, lasst Wünsche, Regen, Anregungen, eure Vorstellungen, lasst das unten in die Kommentarbox da, lasst die Kommentarbox glühen, brennen, fackelt sie ab mit euren Kommentaren, euren Wünschen, euren Ideen, ansonsten sehen wir uns ab morgen in den Replays von WOT-Video, ab Dienstag im neuen Projekt Prison Architect und ab dem 12.10. auf dem Kanal Onboard, Link ist unten in der Videobeschreibung, oder, wenn ihr auf meinem Kanal selbst drauf seid, rechts außen, gibt's da den Direktlink, und das könnt ihr euch auch mal ansehen und, ähm, lasst eure Kommentare zu dem Kanal denn jetzt noch unter diesem Infovideo da und ab dann, ab dem 12.10. unter den Videos auf dem Kanal Onboard, wo es dann rund um Tabletop geht. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag, ich werde mich auf jeden Fall heute Abend damit begnügen, dass wir kein Stream machen, denn mein Frauchen hat seit anderthalb Monaten endlich mal wieder ein Wochenende und wir werden schick essen gehen, vielleicht, ansonsten habe ich mal was richtig Geiles geplant, was wir heute kochen werden, ähm, ich sag noch so viel, Fleisch, Fleisch und Fleisch auf Toast. Und dann werden wir uns heute Abend wahrscheinlich gemütlich machen bei einer Runde NFL, mal gucken, wie die Jungs und Mädels heute abschließen, vielleicht habe ich Glück und es wird ein Spiel von den Bengals übertragen, wir werden es sehen. Also, das war's dann auch für diesen Sonntag, ich wünsche euch noch einen schönen Restwochenende, aktuell ist das Wetter bei mir schön, vielleicht ist es morgen auch hübsch und ansonsten viel Spaß noch, danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.